Wann kommt das Xiaomi-Auto nach Deutschland? Hey, Juliana. Hi. Unsere Community hat ein paar Fragen an dich. Bist du bereit? Sehr gerne. Los geht's. Warum bekommt man das Xiaomi-Maskottchen so schwierig? Ganz einfach. Das Xiaomi-Maskottchen ist sehr, sehr schüchtern und lässt sich außerhalb von China seltenst blicken. Und außerdem ist es ihm in Deutschland einfach ein bisschen zu kalt. In welchen Versionen wird es das neue Redmi Note geben? Unser Redmi Note 13 kriegst du als Redmi Note 13 Version, als Redmi Note 13 Pro und als Redmi Note 13 Pro Plus Version. Für jedes der einzelnen Modelle haben wir richtig coole Designs und richtig coole Handys mit Verschleung. Wie viel soll das neue Redmi kosten? Die neue Redmi Note 13 Serie kannst du ab 199,90 Euro erhalten. Natürlich variiert es nach Modell, aber du wirst für den Preis auf jeden Fall etwas finden, was zu dir passt und zu deinem Geschmack. Wann kommt das Xiaomi-Auto nach Deutschland? Hast du eine Antwort? Xiaomi Ich weiß! Sie allein haben das mitbezpiegeln.